Du bräuchst noch einen vierten Mann. Ja gut, bei mir geht das leider nicht. Ich zock grad noch die letzten Runden. COD. Wo ist er? Oh Gott. Kommst du danach noch? Oder gar nicht? Ich sehe den Ball nicht. Heute nicht mehr wahrscheinlich. Okay. Ach, verdammt ich doch. Wir sind die geliebten Sprichwörter hier vom Schule wieder. Oh, der war ein bisschen zu steil. Zurück. Der muss so stehen. Den nehme ich mit. Der ist schön zurück geflankt. Ja. Ich bin schön vorbeigesprungen. Hat die Verteidigung gesorgt. Oh, oh, oh. Ach, verdammt ich. Ich sehe nix. Die Norheit. Vor allen Dingen war es ein Gewusel hier, ey. Echt unglaublich so was. Hm. Oh. Diese anderen Ball vorbeispringen. Nein. Die Sau. Ui. Der geht rein, come on. No. Haben's aus dem Weg. Sorry. Ich bin dick. Ach, verdammt. Hm. Lull. Höh. Lull. Komm schon. Nö, ja. Ich wollte einfach nirgendwas gedacht haben. Ja, nö. Mit Pfosten. Oh, Parade. Oh. Ach, Karsten. Ja. Nein! Wie geht der denn hin? Fuck. Ach. Glanz, Parade und dann geht er rein. Guckt euch das mal an. Weggeboxt, da fliege ich. So wie man es gewohnt ist von dir, Carsten. Glanz, Parade und trotzdem geht er rein. Bitte, was? Ich habe gerade nichts gehört. So wie man es gewohnt ist von dir. Glanz, Parade und dann geht er rein. Weltklasse. Das kannst auch nur du. So, ich mache jetzt mal hier die Defense. Okay, es steht 1-1. Und? Wer steht da? Zu meiner klasse Vorlage. Also, Stürmer wirst du nicht mehr, oder? Nee. Oh, 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 der ist gut. Und da ist er doch da. Da ist er doch da. Manche nennen mich auch Manuel Neuer. Die ohne Brille, oder welche? Manuel Neuer, der Rocket League. Sagt man das so? Ach, wenn du meinst. Ach, verdammt. Mann, ich werde nur rumgeschobst. Wirst du etwa gemobbt? Oh, shit. Da ist er doch da. Abaut. Oh, ey. Da sind wir dabei. Der ist brüch. Ey, ich habe mich da noch gemobbt. Ich wollte das machen. Das Kart. Ich habe ein Trophäe erhalten. Der Dreifachmeister. Boah, mach ich ja lachen. Ey, da hast du recht. Der Dreifachmeister. Ja, Mann. Kann man mal so bringen. Oh, fast schon wieder ein Tor. Och, leck mich doch. Ich bin ein bisschen weggeflogen. So, habe ich den schon mal rausgeguckt. ausgeguckt. Äh! Stell dich wieder hin! V.a. ich mach die gefährliche Situation! Wieso so alle vorbeigesand? Oh nö, Herbens! Ich dachte, den kriegst du! Kacke! Also die sind auch net strukturiert, gell? Abgehört! was sie würde sagen gedanklich ist mal das perfekt der eine schreibt mit sich selber er schreibt war und dann schreibt er sich selber guter schuss macht rein wo ist der pinz sehr gut explodiert hat er seine karosserie noch geopfert hat er gut gemacht hat er gut gemacht antizipiert die kamera so hoch geht also könnt ihr auch übrigens die kamera kannst du auch wechseln ja also aber das müsst ihr aber wenn der ball so hoch liegt dass die kamera damit so hoch geht sonst habe ich nicht gegen diese feste kamera okay ich glaube ich sollte wieder die defense übernehmen professionell unterwegs hier den nämlich mit und zwar nicht nur in die mitte bringen aber gut zählt auch so wir führen 43 die verpasst das shit aus damit da wurde jemand und vorbauen dann alle mal hoch springen wenn euch das video gefallen hat dann bewertet das video gerne kommentiert schaut bei jedem vorbei stufe 2 bis zum nächsten mal ciao tschüss